Oh Gott. Ja, okay. Hallo Ibims, Sallys Welt. Woran hat es gelegen? Da fragt man sich immer, woran es gelegen hat. Ich mach das jetzt trotzdem. Man muss die Feste feiern, wie sie knallen, Bruder. Ach so, hier ist es ja noch. Nehmen wir doch jetzt mal raus. Macht es bitte genau so, sonst wird das am Ende nix. Und dann heißt es wieder in den Kommentaren, Futterne, hat nicht richtig erklärt, der Brief. Ich nehm mich natürlich mit in den Verteiler. Gruppenrat und Krise. Jo, ich bin high und ich backe Kot. Das sieht doch gar nicht mal so scheiße aus. Zucker kommt drauf. Insulin ist bestellt. Merdan. Scheiße. Was mache ich hier? Oh Gott. Günther Jauch. Günther Jauch. Aber sowas von extrem. Vergiss alle anderen Cheesecake-Rezepte. Ungefähr so. Ich taufe dich spanischer Erstligues Diabetes Sevilla. Holy shit. Jauch. Jauch. Jauch.